Entschuldigung, auf die Fahne. Mein Name ist Nico. Vor anderthalb Jahren war ich in der Schule und wusste gar nichts Bescheid. Und dann aber kam meiner Wache. Ich bin heute hier, um euch da mal zurückzuhören. Es fängt an damals von der Zitzunggeschichte an. Ich kannte ein Mädchen. Das war der Mann. Du Dreckiger. Das war einer der Oleg. Der Top-Interview. Lekker 44. Save anderthalb Stunden, Lekker. Ich werde richtig ins Detail gehen. Dann bin ich irgendwann zu dem für mein Instagram, weil ich weiß nicht, weil es nicht aussehen wird. Die Freis und die haben nichts gefunden. 15 Staffeln, rein und nur. Eine Biografie, bei einem der. Wir haben alle einen in den Nachmittag. Das ist geil. Das ist ein Schöner. 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 Das kann ich locker mit dem Treppen hoch oder so. Wir erzählen dir was für die Frühlasen möglich. Oder schreiben dir einfach ein Vitamin-Z-Gewicht auf. So von wegen mir. Man muss ein paar Tabletten ein bisschen. Es war ja schon Naturheilkundiger Hausärzt. Die wurden schon der Pharma-Retorient großen Bogen gemacht. Ich habe mich da eingegangen, aus verschiedenen Gründen habe ich mich da durchchecken lassen und ich bin kurz kurz kaputt. Von hier bis hier entzündet, Diagnosen ohne Ende, Gastriden, Magendarmbesitzung, Nebenhöhlen, Flugbrotten. Einfach alles. Das ist seit Jahren. Total runtergewirtschaftet mit Nährstoffen und so weiter. Sogar erst recht, weil er gerade weggeguckt hat. Ich? Nein, ich habe nur noch meinen Namen gecheckt. Ich habe nur noch meinen Namen verspannt. Ich habe nur noch nicht getroffen wie so ein Opfer. Ich bin so heute aufgewacht. Und dann wacht man auch, man denkt sich. Dann bin ich jetzt in die andere Richtung. Ah, nee. Es gibt halt zum Beispiel diesen Fluss, den mache ich in zwei, drei Monate dabei. Kann man schon außer, oder? Ja.